Im Grunde zeitgleich mit meinem ausführlichen Video zum Prusa MK4 wurde auch eine Alpha-Firmware von Prusa veröffentlicht, die erstmals Input Shaper und Pressure Advance beinhaltet. Gerade Input Shaper erlaubt deutlich höhere Druckgeschwindigkeiten, da Vibrationen bzw. Resonanzen am Drucker selbst softwareseitig ausgeglichen werden. Einfach gesprochen wackelt der Drucker durch bewegte Masse nach rechts, simuliert Input Shaper ein Wackler nach links und gleicht somit die ungewollte Bewegung aus. Um zu wissen, wie stark der Drucker in bestimmten Situationen wackelt, müssen diese Resonanzen im Idealfall vorher gemessen werden. Das habt ihr vielleicht schon mal in einer meiner Videos gesehen. Es wird ein Sensor an die entsprechende Achse befestigt und in diversen Frequenzen gemessen. Man erhält dann eine Empfehlung für den Ausgleich bzw. eine detaillierte Übersicht der Messwerte. Beim MK4 gibt es aktuell keinen Sensor. Prusa hat einfach einen Wert festgelegt, den sie in einem bestimmten Szenario getestet haben bzw. für möglichst universell halten. Das kann man bei Interesse auch nachlesen. In der Dokumentation wird genau beschrieben, wie M593 funktioniert. Ihr seht das hier. Mit T wird zum Beispiel definiert, welcher Typ verwendet wird und mit F wie Friedrich wird die Frequenz bestimmt. Öffnet man den G-Code einer beliebigen mit Input-Shaper-gesleisten Datei und sucht nach M593, sieht man auch genau, was Prusa da vorgegeben hat. Es wird zum Beispiel MZV als Typ verwendet und auch die Frequenzen sind ersichtlich. Jetzt denkt man sich vielleicht, super, das ist ja viel einfacher als mit so einem Sensor rumzuhantieren. Danke Prusa, genauso will ich das haben. Plug and Play. Resonanzen entstehen jedoch nicht pauschal bzw. immer gleich, sondern sind von diversen Faktoren abhängig. Ist ein Filamenthalter montiert? Wie viele Rollen hängen am Halter? Steht der Drucker auf einer Unterlage? Aus welchem Material ist diese Unterlage? Auf was für einem Tisch steht der Drucker und wie doll wackelt der? Wie ist die Riemenspannung? Auch viele verschiedene Dinge am Drucker selbst spielen da eben mit ein. Und genau deswegen ist es zumindest theoretisch sinnvoller, für die individuellen Gegebenheiten nachzumessen. Drucker wie die von Bambu Lab oder auch der neue K1 von Creality haben Beschleunigungssensoren fest verbaut. Da ist also ein Beschleunigungssensor in der X-Achse, da ist ein Beschleunigungssensor mit am Druckbett und die messen dann bei Bedarf vor jedem Druck nach. Stellt man das Gerät also um oder ändert technisch irgendwas Relevantes, werden die Werte automatisch angepasst. Wie im MK4-Video gesagt, gibt es einen Anschluss für so einen Beschleunigungssensor und es wird mit Sicherheit später die Möglichkeit geben, eben selbst nachzumessen. Doch auch die pauschal vorgegebenen Werte in der Alpha-Firmware, beziehungsweise die sind ja eher im Druckprofil vom ProSlicer 2.6, die funktionieren bereits erstaunlich gut. Mit der Firmware selbst kann man auch ein paar vorgesleistete Testmodelle runterladen. Darunter ist zum Beispiel auch ein Banshee, welches in nur 12 Minuten gedruckt wird. Interessanterweise verwendet Prusa bei diesem speziellen Banshee leicht andere Werte für Input-Shaper als in ihrem Standardprofil vom Prusa-Slicer. Sie bestätigen hier also quasi selbst, dass im Idealfall individuelles Nachmessen vorteilhaft ist, beziehungsweise sogar modellabhängig nachjustiert werden sollte. Allgemein ist dieses 12 Minuten Banshee aber eher ein wenig irreführend. Es wird nämlich im Grunde nur eine Hülle gedruckt und das wird deutlich, wenn man das Schiffchen wiegt. Statt der üblichen knapp 12 Gramm wiegt das Prusa 12 Minuten Banshee nur etwa die Hälfte. Wie ihr seht, haben wir kaum Füllung, nur eine Wandlinie und eine Schichthöhe von 0,3 Millimetern. Das Wort Banshee kommt ja von Benchmark und das bedeutet eigentlich, etwas mit einem festgelegten Bezugswert zu vergleichen, beziehungsweise zu analysieren. Das 12 Minuten Prusa-Banshee ist zum Beispiel sehr weit weg von den klar definierten Speedboat-Race-Regeln und diese blende ich euch hier gerade mal ein. Versteht mich nicht falsch, ich fände die 12 Minuten sehr beeindruckend und interessant. Auch das Ergebnis sieht sehr hübsch aus, ich habe es auch ein paar Mal hintereinander gedruckt und es war schon beeindruckend, wie die Hardware wirklich auf jedes Fitzelchen genau immer wieder reproduzieren konnte. Auch das spricht eben für diese Hardware, aber letztendlich ist es halt nur eine nette Demo. Da hat halt jemand ein Profil so weit getunt, dass ein bestimmtes Modell möglichst schnell und vor allem gut aussehend gedruckt wird. Das kann man natürlich machen. Es lädt jedoch auch ein, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, beziehungsweise setzt einiges an Wissen voraus, damit man versteht, was so ein Testdruck letztendlich aussagt. Alle reden halt letztendlich nur von diesem 12 Minuten Banshee und eben keiner von der in Anführungsstrichen Mogelpackung, die dahinter steckt. Wie gesagt, Mogelpackung hört sich auch erstmal super negativ an, beschreibt es aber letztendlich ganz gut. Es ist ein Vergleichsdruck, den man eigentlich nicht vergleichen sollte. Da finde ich das vorgesleistet 20 Minuten Banshee vom Bambulep P1P bzw. X1 deutlich, sagen wir, transparenter. Das hat zwei Wandlinien, 15% Infill, 0,25 mm Schichthöhe, also alles nach den Speedboat Race regeln und daher sinnvoll vergleichbar. Naja, jetzt habe ich mich irgendwie in dieser Banshee-Thematik verloren, aber ich hoffe, dass durch meine Ausführung so ein wenig klar wurde, dass Prusa hier einfach nur demonstrieren will, aber vielleicht so ein bisschen marketingtechnisch auch in Kauf nimmt, dass man sagt, hey, 12 Minuten Prusa MK4 Banshee, hier der K1 kann nur 17 Minuten, der Bambulep kann nur 19 Minuten, da sind die 12 natürlich weniger und im Endeffekt ja besser. Das ist die Milchmädchenrechnung. Wenn man aber nur die eine Wandlinie sieht, diese Füllung, die quasi nicht vorhanden ist und das Ding einfach federleicht ist, dann weiß man, okay, das ist zwar eine coole Demo und das Ding sieht hinterher auf Bildern auch super hübsch aus, ist aber wenig aussagekräftig und man muss halt verstehen, wie dieses Modell zustande kommt. So, ich hoffe, jetzt haben es alle verstanden. Kommen wir am besten mal darauf zu sprechen, wie man als MK4-Besitzer jetzt eigentlich an dieser Alpha-Firmware kommt. Ja, im Grunde ist das ganz einfach. Man geht auf die in der Videobeschreibung verlinkte GitHub-Seite von Prusa und lädt sich dort die Firmware kostenlos runter. Dann kopiert man die .bbf-Datei auf einen USB-Stick und löscht am besten vorhandene BBF-Dateien, sollten welche auf dem Stick sein. Anschließend steckt man den Stick in den ausgeschalteten MK4 und schaltet den Drucker ein. Die Firmware wird nach Bestätigen dann automatisch installiert, man muss nur ein wenig abwarten und bekommt anschließend auch bei jedem Start den Hinweis, dass diese Firmware nicht final ist und man den Drucker nicht unbeaufsichtigt laufen lassen sollte. Soweit, so gut. Der Drucker ist nun startklar. Ihr könnt nun entweder die vorgesleißten Dateien von Prusa drucken, auch die findet ihr im eben genannten GitHub oder eben eigene Dateien slicen. Dazu benötigt ihr den Prusa Slicer 2.6. Auch den verlinke ich euch in der aktuellen RC1-Version unten in der Beschreibung. Im Slicer fügt ihr dann einfach einen neuen Drucker hinzu und wählt hier den MK4 mit Input Shaper. Aktuell stellt Prusa nur ein Profil mit 0,2 mm Schichthöhe und den eben genannten Standardwerten für Input Shaper und Pressure Advance zur Verfügung. Slicet man damit ein Benchy, beträgt die Druckzeit mit 0,2 mm Schichthöhe übrigens 38 Minuten. Auch das finde ich für einen Bettschubser äußerst beeindruckend, vor allem wenn man sich das Ergebnis im Detail anschaut. Input Shaper macht hier auch ohne individuell gemessenen Werte einen sehr guten Job. Ich habe übrigens bewusst wieder mit dem blauen NX2 PLA von Extruder gedruckt, da ich das auch für den Vergleich im MK4 Review genutzt habe. So können wir den MK4 mit Input Shaper quasi in den Vergleich mit aufnehmen. Der MK3S Plus braucht mit 0,2 mm Standard Speed Profil doppelt so lang und selbst der P1P ist hier ein wenig langsamer. Und bevor einer meckert, wir vergleichen hier definitiv Äpfel mit Äpfel. Das sind alles Standardprofile vom Hersteller. Wir haben identische Schichthöhen, wir haben gleiches Infill, wir haben gleiches Filament. Es ist alles gleich. Die Temperatur ist gleich. Es ist also vergleichbar und sieht ehrlich gesagt auch alles sehr gut aus. Bevor einer kommt, ja aber ich kann mit einem P1P auch in 17 Minuten Benchy drucken, ja ich kann mit einem MK4 auch in 12 Minuten Benchy drucken. Versteht ihr? Das ist nämlich das Problem, dass man sich halt auf irgendwas einigen muss. Entweder man nimmt diese Speedboat Race Regeln oder man kommuniziert halt sehr klar mit welchen Einstellungen man gedruckt hat und macht das Ganze nachvollziehbar. Naja, für mich persönlich bestätigt das eigentlich nur, dass sowohl Bambu Lab als auch Prusa hier einfach zwei sehr starke 3D Drucker am Start haben. Ich teste übrigens gerade den Creality K1. Der hat zufälligerweise zur selben Zeit das vorgesleiste Benchy von Creality gedruckt, auch mit Input Shaper. In diesem Fall wie bei Bambu Lab direkt vor Druckbeginn gemessen. 17 Minuten hat das hier mit dem K1 gedauert, wobei ich nicht weiß, was Creality hier für Settings verwendet. Das muss ich mir nochmal im Detail anschauen. Das Ergebnis ist, naja, ihr seht es selbst. Ich persönlich warte für ein besseres Ergebnis dann lieber ein paar Minuten länger, doch das muss ich mir wie gesagt alles noch im Detail anschauen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das Video zum K1 nicht verpassen wollt. Ich habe jedenfalls mit dem Standard 0,2 mm Input Shaper Profil vom MK4 noch einige Testdrucke gemacht und bin insgesamt sehr zufrieden. Als Referenz blende ich euch immer die Zeit ein, die der MK4 im Standard 0,2 mm Speed Profil gebraucht hätte. Ihr könnt auch selbst einfach den Prusa Slicer 2.6 installieren, beide Drucker einrichten und so die typischen Modelle, die ihr so slice und druckt, einfach reinwerfen und euch die Zeiten angucken. Die sind wie gesagt bei Prusa immer auf die Minute genau und so könnt ihr abschätzen, ob das was für euch ist und sich aktuell vielleicht die Alpha Firmware sogar für euch lohnt. Es passiert, wie ihr seht, schon einiges und ich blende euch hier auch mal beide Druckprofile im Vergleich ein. Das kann man im Prusa Slicer schön machen und man sieht hier sowohl in der Druckgeschwindigkeit als auch in den Beschleunigungswerten hat der MK4 mit Input Shaper deutlich zugelegt. Die Dosierung hat Prusa ebenfalls gut hinbekommen, auch das Ganze mit Pressure Advance sehr gut ausgelotet. Die Modelle sehen alle sehr ordentlich, klar definiert und brauchbar aus. Ja, neben Input Shaper wird bei der Alpha Firmware auch Pressure Advance genutzt. Dabei wird die extrudierte Filamentmenge dynamisch angepasst. Gerade bei hohen Geschwindigkeiten macht das definitiv Sinn und sorgt letztendlich für saubere Kanten und weniger Blobs bei Rückzügen. Der MK4 kann dann mit zusätzlicher Software-Unterstützung seine im Review gelobte Hardware sehr gut ausspielen. Damit ist vor allem der Aufbau bzw. auch der Nextruder gemeint. Ach ja, und weil unter das Review einige geschrieben hatten, ja mit der Lautstärke hast du ja gesagt, dass der MK4 recht leise ist. Gut, der druckt natürlich auch deutlich langsamer. Deswegen hinkt so ein bisschen dieser Bambu-Lab-Vergleich, den ich da im Review hatte. Naja, ich habe jetzt den MK4 in höherer Geschwindigkeit laufen gehabt. Der hat sogar ein 12 Minuten Benchy gedruckt und der ist nach wie vor vergleichsweise leise. Sehr, sehr angenehm. Kaum lauter als mit dem Standard-Profil ohne Input Shaper. Jedenfalls deutlich leiser, immer noch deutlich leiser als die Bambu-Lab-Drucker oder auch der neue Creality K1. Da wartet so ein bisschen was geräuschtechnisch auf euch. Das zeige ich euch aber dann in diesem Video. Jetzt zeige ich euch erstmal, ist natürlich immer in Relation zu sehen, aber man hört es glaube ich schon ganz gut raus, dass die Lüfte halt nicht so permanent wie Düsenantriebe loslegen, sondern bei Prusa einfach recht angenehm auch in der Tonhöhe sind. Doch hört mal selbst. So, jetzt geht's. Die Firmware befindet sich aktuell noch im Alpha-Stadium. Wie ihr seht, funktioniert Input Shaper bereits jetzt sehr gut und erlaubt merklich kürzere Druckzeiten bei sehr guter Qualität. Vor allem, wenn man Projekte druckt, die viele Stunden dauern, macht sich die Zeitersparnis logischerweise besonders bemerkbar. Ich möchte mir mein finales Urteil und auch ausführliche Vergleiche, also Drucke ohne Input Shaper, dann wieder mit Input Shaper, vielleicht den MKS noch mit rein oder sowas. Ich weiß, dass man da deutlich mehr vergleichen kann, nur das möchte ich mir für die fertige Version der Firmware aufsparen. Das ist hier Alpha und da wird sich definitiv noch was ändern. Erstmal Profile werden nachgelegt, momentan gibt es nur ein einziges und es wird sich zeigen, ob die Verwendung eines Beschleunigungssensors mit individuellen Werten nochmal eine Schippe drauflegt oder ob es Prusa vielleicht komplett weglässt und sagt, wir haben das in der Alpha bzw. hinterher Beta gesehen, dass diese vordefinierten Werte ganz gut funktionieren. Wir lassen den physischen Sensor einfach weg. Wer weiß, das müssen wir alles abwarten. Die Alpha macht auf jeden Fall Lust auf mehr und selbst Core XY Carsten sollte doch mittlerweile verstanden haben, dass auch Bettschubser eine gewisse Daseinsberechtigung haben. Ich mag Core XY auch sehr, sehr gerne und weniger bewegte Masse ist selbstverständlich technisch besser. An so einem MK4 lässt es sich jedoch auch als Anfänger sehr einfach schrauben und auch Fehler sind einfacher bzw. nachvollziehbarer identifiziert. Ja, ich merke gerade, dass das wieder sehr alles nach Pusa-Fanboy klingt. Ich muss da auf jeden Fall mal gegensteuern. Also ich drucke super gerne mit meinen Bamboo Lab Druckern. Wenn ich ehrlich bin, momentan auch fast hauptsächlich, vor allem weil mir persönlich, und das muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden, der Workflow bei Bamboo Lab sehr gut gefällt. Ich habe immer meine paar Rollen im AMS geladen, kann dann über die Software einfach sagen, okay, ich will jetzt ABS, ich will jetzt mit PLA drucken. Ich habe eigentlich immer die Filamente drin, die ich gerade nutze und dann bekomme ich eine Push-Nachricht aufs Handy, wenn der Druck fertig ist. Das finde ich halt alles sehr, sehr geil und deswegen drucke ich persönlich momentan sehr, sehr gerne mit Bamboo Lab. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich nicht super interessiert auch an Pusa bin und gerade bei diesem Bettschubser, bei dem MK4, wo man gedacht hat, Yo, irgendwie kommt da jetzt irgendwas, aber die hinken alle hinterher. Nee, nee, also ich glaube schon, dass das alles eine Daseinsberechtigung hat und dass der MK4 auch noch on the long run ein sehr, sehr erfolgreicher Drucker wird, auch wenn er ein wenig teurer ist. Naja, ich schweife ein wenig ab. Links zur Firmware, den Testdrucken und dem gezeigten Filament. Das gibt es wie immer alles unten in der Videobeschreibung. Vergesst, wenn ihr bei extruder.com bestellt, den Code MPOX nicht, dann bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Filamente und verwendet auch gerne meine Links unter diesem Video, falls ihr irgendetwas braucht. Das sind Links zu Amazon, 3D-Jake, 3D Prima, wie gesagt, so die üblichen Verdächtigen und ihr unterstützt so ohne Mehrkosten meinen Kanal und macht solche Videos weiterhin möglich. Vielen, vielen Dank dafür euren Support. Jetzt bin ich aber erstmal wieder draußen, sage bis zum nächsten Mal, haut rein Leute, bis dann, Peace.